Gut, um Geld zu verdienen, habe ich ja hier... Ah ja, wir haben Glück, dass Kalifornien sich dazu durchgerungen hat, alle Straftaten im Strafregister, die mit Marihuana-Besitz zu tun hatten, bis 1975 zurück zu tilgen. Es war natürlich keine perfekte Lösung, aber doch sehr fortschrittlich von ihnen, besonders so schnell nach der Legalisierung. Ja gut, also wenn hier die Sachen verkauft sind, also wenn ich das nächste Mal hier bin, habe ich das Geld schon verdient. Dann fehlt nur noch das Chem-Doc in der Apotheke, aber wie viel war das? 50, da dürfte ich mit zwei Pflanzen auskommen. Ich hau hier mal noch eine rein, vorsichtshalber. Ich habe mich hier reingehauen, damit sie schneller fertig ist, ungefähr, vielleicht ja, wenn ich Glück habe, zeitgleich mit den anderen oder kurz davor oder kurz danach. Und dann habe ich diese Aufträge schon mal erfüllt. Nur, dass wenn ich dann beim nächsten Mal das Spiel starte, direkt die Story-Mission weiterführen kann, weil dann das Geld... ...aus der Apotheke da sein sollte. Hm. Genau. Genau. habe ich in der apotheke überhaupt noch platz jetzt wieder zwei ok aber bei 50 camdoc in die apotheke brauche ich drei plätze bei 20 und 20 ist 40 und dann bleiben noch zehn übrig ja gut aber der auftrag ist es einzulagern und nicht zu warten dass es verkauft ist so Ich stehe da dran. Ich kann es leider nicht sehen also ich kann nicht so nah ran zoomen aber mich würde mal interessieren was das für ein Graffiti ist da Ja gut jetzt habe ich sie für 100 reingehauen aber wir wollen ja auch dass es verkauft wird Irgendwann Und deshalb Und deshalb der geringe Preis also zuerst war es ein Fehler aber dann habe ich gemerkt ach eigentlich Vielleicht hilft es ja dass es schneller verkauft wird dann kann ich vielleicht das dritte Fachjahr dann gleich auch irgendwann nutzen Wenn eins davon leer geworden ist Siehste kurz danach war das fertig So ich könnte ja eigentlich auch mal noch Ja das mache ich jetzt auch ich könnte auch noch mal eine Northern Lights pflanzen dann kann ich nämlich auch ein bisschen Kief machen Das machen wir jetzt einfach mal Ganz frech Ganz frech Wie weit sind wir eigentlich hiervon noch entfernt Okay noch drei Level Okay Es wird allmählich Ganz langsam aber es wird Ja Okay Und Na ein kleiner Moment, einen kleinen Moment müssen wir noch warten. Okay. Ich schneide mal die ab. Und die. Hm ich könnte sogar nochmal, okay. Ja Dünger habe ich auch wieder 96, fehlt auch nicht mehr viel bis ich wieder bei über 100 bin. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. 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 Mach mal hin jetzt ey hier. Mann. Alles dauert 1000 Jahre. Dann gucke ich nochmal, ob hier irgendwo nochmal ein Schlagloch kaputt gegangen ist. Also beziehungsweise wenn ein Schlagloch kaputt geht, müsste das ja eigentlich dasselbe bedeuten, wie die Straße wurde repariert, beziehungsweise das gleiche müsste es bedeuten. Weil es gleichwertig wäre. Denn wenn ein Schlagloch kaputt ist, müsste ja die Straße heile sein. Denn wenn die Straße kaputt ist, hat sie ein Schlagloch. Ergibt das Sinn? Ich glaube schon. Also sollte ich nicht sagen, ich gucke nach Schlaglöchern die kaputt gegangen sind, weil dann sehe ich hier überall welche. Weil hier überall heile Straßen sind, ich sollte nach kaputt gegangener Straße suchen. Aber es ist nichts mehr kaputt gegangen. Tja. Tja. Stoß. Tja. 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 Gut, in einer Minute kann ich das alles abschneiden und tief machen, geil, setzen sie sich weiter für das Richtige ein, oh ja, das werde ich, Dr. Dino, das werde ich. So, schnipp, schnipp. So, und jetzt lassen wir die hier mal stehen, mal gucken, ob ich mich in der nächsten Folge dran erinnere und mal gucken, ob die sich verändert hat, denn wir sehen, ich hab das schon dran rumgeschnippelt, aber stehen gelassen, hier gibt es vier Blüten dran, so ja, das beobachten wir, schlage ich vor, und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie der Spaß hier weitergeht, dann schaltet ihr auch in der nächsten Folge wieder ein. Die kommt wie immer morgen. Tschüss! 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 Tschüss!